Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading Tipps. Unsere Empfehlung für Sie heute ist die Intesa San Paolo. Der Chart nimmt es mehr oder weniger schon vorweg. Es wird eine Short Empfehlung sein. Die Intesa San Paolo, eine italienische Bank, die nachdem es zuletzt monatelang eher gut lief, in den vergangenen zwei Wochen deutlich unter Druck geraten ist, innerhalb kurzer Zeit von 2,60 Euro auf aktuell 1,80 Euro eingebrochen. Und das Problem ist, es ist sehr unsicher, wie es weitergeht. Die Intesa in Italien, besonders stark betroffen vom Coronavirus. Italien wurde jetzt komplett abgeriegelt. Das dürfte auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, was natürlich auch die Banken betreffen wird. Hinzu kommt, dass jetzt zuletzt bereits die FED die Zinsen gesenkt hat. Weitere Leitzinssenkungen in Europa, in den USA sind denkbar. Das betrifft die Bankenbranche ebenfalls besonders stark. Und damit setzen wir darauf, dass dieser Abverkauf durchaus noch weitergehen könnte. Wie gesagt, als italienische Bank noch einmal schlimmer betroffen wie deutsche Pendants. Und man sieht es ja bereits, auch Commerzbank, Deutsche Bank und Co. sind zuletzt deutlich abgestürzt. Wer das Ganze gehebelt spielen will, kann ein Produkt unseres Partners Morgan Stanley wählen. Ein Faktor Short. Aktueller Kurs 8,35 Euro. Faktor 3. Den Stoppkurs würde ich im Bereich 7 Euro setzen, um vor einer möglichen Gegenbewegung gefeit zu sein. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Ausgabe des Trading Tips.